Die liegt direkt vor der Tür. Haben Sie sie da liegen lassen? Ich will ja nicht, dass ich ihr helfe. Dafür sind Sie ja da. Lass mal, ob es jetzt nicht in die Quere kommt, ja? Das ist doch völlig klar, dass die ins Krankenhaus muss. Wissen Sie denn, wo die Krankenkassenkarte Ihrer Schwester ist? Lassen Sie mich doch mit der scheiß Karte in Ruhe, verdammt. Ich bin mal bitte in Ruhe da draußen. Machen Sie doch bitte keinen Ärger. Ich mache Ärger? So lasse ich nicht mit mir reden. Was soll denn das? Was willst du denn von mir? Stefan! Kann ich sagen, dass du den unter Kontrolle hattest? Vielleicht brauchst du einfach mal eine ganz andere Strategie. Das ist ein ganz lieber. Wer braucht jemanden, der sich um ihn kümmert? Ich kann Ihnen nicht immer helfen. Ich kann Ihnen nicht mal anfangen. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass du ein bisschen auf den Ortsteil da zu versendet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020